Hallo liebe Tiefsee-Freunde zu einer neuen Ausgabe von Punch Club. Ja, wir machen weiter und müssen, was müssen wir denn machen? Oh, ein Ultimate-Kampf. Wir machen nochmal kurz ein bisschen Training, würde ich sagen. Wir essen einmal Fleisch, genau. Oh, wir müssen unbedingt nochmal einkaufen gehen, um Gottes Willen. Dann Tiefkühlpizzen. Schaffe ich nochmal, arbeiten zu gehen. Na, nicht mehr, so ganz, aber gut. Okay. So, wir müssen schlafen gehen. So, schnell zur Arbeit. 50 Dollar verdienen. Okay, dann machen wir uns wieder zurück. Essen was. Das war eigentlich nochmal mit dem Koffer. Können wir da noch was irgendwie bewegen? Ah, wir wollten da hin ins Camp, genau. Da wollten wir mal hin. So, ich lese es jetzt noch nicht vor. Genau, einen starken Kern mit Maske. Absolut. Die dunkle Faust, ich werde euch helfen. Okay, mach ich. Das wird nicht einfach, glaube ich. Ein bisschen schneller. Ich glaube, das gibt es für uns gleich eins auf die Schnauze. Könnte ein Glück haben, dass er vielleicht ein bisschen schneller erschöpft ist als wir. Komm, hau ihn raus. 9, 2, ähm. Das habe ich wohl überschätzt, das glaube ich auch. Nächstes Mal schaffen wir es. Ja, machen wir. Ja. Ich muss mich besser vorbereiten. Absolut richtig. Noch nichts. Ich will zuerst noch ganz kurz da hingehen. Stopp. So. Dann schnell. Also halt. Da hin, genau. Supermarkt. Einmal Fleisch. Oder zweimal besser gesagt. Dann schnell nach Hause. Das war einmal Essen. Ja, okay. Schlafen reicht nicht mehr. Wir müssen kämpfen. Oh, gegen Roy. Das wird lustig. Ja, genau. Au. Der Box ist ja weg. Der Box ist ja weg. Hör mal. Ich bin bei mir mit dem Silber, bitte. Handpads, genau. 15 Euro. Äh, Dollar kann ich machen. Wir kämpfen. Noch einmal hier auf vier. Dann geht es schneller. Nein. Sehr gut, anmelden auf jeden Fall, dann zurück, schlafen gehen, dann kurz trainieren, dann fahren wir mal schnell in die Muckibude, ich muss die Stärke hier ein bisschen erhöhen, also halt, ne wir machen es anders, ich fahr wieder, ich will zurück, komm mit dem Fleisch rein, ne das lass ich mal, Muckibude, so, So, wir laufen mal eine Runde. So. So, jetzt nach Hause. Wieder einmal Fleisch. Und einmal pennen, bitte. Pfiffkirchpizza. Limonade. Dann gehen wir mal schnell zum Arbeiten, ein bisschen Geld verdienen. Sehr gut. So. Wir können kämpfen, aber ich will zuerst einmal in die Muckibude. Dann gehen wir mal schnell zum Arbeiten, ein bisschen Geld verdienen. So. Und jetzt kämpfen wir. Und jetzt kämpfen wir. Und jetzt kämpfen wir. Hmm. ich will mir das wieder nicht oder was kann ich sein knapp gewinnen diesen kampf nicht aber nur talente gibt es leider auch nicht okay gut wir haben müssen weitermachen trifft nix hier ja anmelden genau wir gehen weiter wieder richtung hause einmal essen bitte dann ganz kurz zum supermarkt was geht's Wir essen wieder was? Wir bleiben zuhause und machen mal kurz hier ein Training, oder hier auf dem Laufwand, genau. Das ist ein Training, oder hier auf dem Laufwand, genau. So, wieder was essen und arbeiten gehen, Geld verdienen. Ja, wir kämpfen wieder. Mal schauen, ob er hier mit der Stärke funktioniert. Das ist ein Training, oder? Mal schauen. Mal schauen, ob er hier mit dem Laufwand kommt. Ach, weiter. Au! Geht doch! Mann! Ja, war wichtig jetzt. So, Talentbaum. Wir machen mal, was machen wir denn? Reisesser oder rote Turnschuhe? Wir machen mal das erste. Ja. Gut. Okay, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle wieder eine Pause. Und wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Deshalb ein Abo da lassen und einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und rechts oben die Playlist. Und dann verpasst ihr keine Folge mehr von Punch Club. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss.